Der muss ja jemanden jagen, wa? Jaja, der hat, der hat tödlicher Verfolger. Der kam so zielsicher auf uns beide zu, direkt zum Rundenstart. Hat er jetzt nur noch drei Perks übrig? Eventuell hat er Tüffler, das werden wir gleich herausfinden. Jupp! Hohohoho! Okay! Uh, der hat aber auch ne Kurvenlage, Junge! Respekt! Er hat nicht gesehen, wie ich das tute, glaube ich. Das ist ein Fluch.